Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 15. Oktober. Heute dabei Tesla Tikiya, Google Live-Übersetzungen, Apple Maps, Facebook Hack, Warner Streaming und Snapchat Katzen. Ja, beginnen tun wir mit endlich wieder mal Elon Musk. Es vergeht ja kaum eine Woche oder mal alle zwei Wochen, dass nichts Neues über ihn gibt. Und jetzt gibt es wieder was und zwar der Tesla Tikiya. Der heißt dann Tesla Killer. Tesla Killer? Naja, ich kann das nicht so richtig aussprechen. Also der Tikiya von Tesla, mit dem er damals seinen April-Scherz garniert hatte. Den hat er in der Hand gehabt, der hat das witzig benannt, als er von einem Model 3 besoffen gesagt hat, oder in Anführungsstrichen gesagt hat, dass Tesla bankrott ist, ja, als April-Scherz halt. Genau, und daraus, aus dem Scherz ist jetzt anscheinend wirklich was geworden. Tesla hat die Markenrechte für Tesla Killer, ich übe noch, eingereicht. Und zwar auch mit der Intention, diese Marke zu nutzen. Ja, also, demnächst kann er sich dann halt nochmal richtig ordentlich damit betrinken und weiter tweeten, der Kollege Musk. Ganz anderes Thema. Die Google Pixel Buds, die waren ja, das sind ja diese Nöpsies fürs Ohr von Google. Da war ja der Riesen-Hype um das Killer-Feature mit der Übersetzung. Sprich, man hat die im Ohr, spricht mit jemandem und bekommt dann direkt die Übersetzung reingespielt. War schon, ja, sehr Forward-Thinking und ganz toll im Konzept. Ausprobiert selber habe ich es ja selber noch nie. Aber jetzt hat Google still und heimlich die Webseiten angepasst. Und es scheint so, als ob diese Funktionalität jetzt allen Kopfhörern zur Verfügung stehen, die halt für den Assistenten optimiert sind. Also den Google-Assistenten. Also eben nicht nur die Pixel Buds und auch nicht nur für Pixel-Telefone, sondern auch für andere Telefone. Ein paar Leute haben wohl schon ein bisschen was getestet und es scheint zu funktionieren. Aber richtig offiziell hat Google das eben noch nicht gemacht. Aber es scheint wirklich so zu sein und es bleibt daher sehr spannend. Und ich hoffe, da kommen in den nächsten Tagen, Wochen mal ein paar Informationen mehr dazu. Ja, was Google ja auch gemacht hat, ist halt, die haben den Google-Wagen durch die Länder geschickt, um Google Street View aufzunehmen. Das wissen die meisten. Die wenigsten wissen, dass natürlich auch ein paar Leute von Google mit Rucksäcken und anderen Gerätschaften beispielsweise in die Berge geschickt worden sind, um auch dort Street View in Anführungsstrichen und Kategographie für Google Maps zu machen. Und jetzt wurde zum ersten Mal auch ein Kollege von Apple fotografiert, der mit einem Rucksack in San Francisco unterwegs war und dort entsprechend anscheinend Fußgängerrouten aufgenommen hat. Also ein ganz witziges Bild. Da empfehle ich euch den Link in den Shownotes. Ja, ist ein Rucksack mit ein paar Sensoren oder Kameras, die hinten rausstecken, aber auch schön ordentlich beschriftet mit Apple Maps, maps.apple.com, damit jeder sofort weiß, worum es da geht. Ja, also guckt mal rein, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, Facebook, die hatten ja den großen Hack und man vermutete 50 Millionen plus sogar noch mehr. Leute wären davon betroffen gewesen, aber mittlerweile haben sie erkannt, dass nur 30 Millionen betroffen waren. Immer noch eine große Zahl. Ja, aber Facebook hat sich natürlich in Anführungsstrichen auch weiter gekümmert, hat weiter geforscht, versucht rauszukriegen, wer was oder wem was passiert ist. Und es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, im Hilfebereich von Facebook entsprechend zu prüfen, ob man selber betroffen ist. Also es gibt halt einen entsprechenden Link, der ist logischerweise auch in den Shownotes. Für die, die gerade am Rechner sitzen, www.facebook.com-help-securitynotice. Und wenn man da entsprechend auf der Seite runterscrollt, sieht man, ob man betroffen ist oder nicht. Ich zum Beispiel bin nicht betroffen. Ich wurde ja auch ausgeloggt damals, aber ich wurde anscheinend verschont. Und ansonsten gibt es eigentlich drei Varianten. Variante A ist, man gehört zu 15 Millionen Nutzern, deren Namen plus deren E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sofern die im Profil hinterlegt war, wo darauf zugegriffen worden ist und die entsprechend gehackt wurden. Dann die eine Million, wo zwar der Access-Token gestohlen wurde, bei denen die reingegangen sind, aber wo das Konto nie, ja nicht angegriffen, sondern nie genutzt worden ist. Die sind halt noch in Anführungsstrichen fein raus. Und dann die 14 Millionen Nutzer, die Pech hatten, wo entsprechend darüber wirklich aus der Bio noch weitere Daten, auch Sprache, Beziehungsstatus, Heimatstadt und noch mehr ausgelesen wurden. Also schaut mal rein, ob ihr betroffen seid und wie immer der übliche Hinweis, schützt euch, macht sichere Passwörter. Die haben in dem Fall leider auch nicht geholfen, weil die über eine Schwachstelle reingekommen sind. Ja, nächstes Thema, Warner Media. Ja, ehemals Time Warner, die planen jetzt einen eigenen Streaming-Service. Ja, also wenn es nicht so schlimm wäre, könnte man schon wieder fast gehen. Aber ich sehe schon kommen, dass wir in ein paar Jahren, weiß nicht, fünf Streaming-Dienste haben, die man theoretisch alle abonnieren müsste, damit man halt halbwegs was guckt. Fußball-Bundesliga, ich höre dich trapsen halt. Da kann man ja auch nicht mit einem Dienst Fußball-Bundesliga in Deutschland gucken, sondern muss mindestens, glaube ich, drei haben, wenn man alles sehen möchte. Naja, aber zurück zum Thema, Warner Media, die machen einen eigenen Streaming-Dienst, planen damit Ende 2019 ans Netz zu gehen, also ähnlich wie Disney. Allerdings, im Gegensatz zu Disney, werden sie wohl auch weiter ihre Inhalte an andere Plattformen lizenzieren. Da hat Disney ja eher eine andere Tour gefahren oder will eine andere Tour fahren, eher knallhart, dass Disney-Content nur auf der Disney-Streaming-Plattform dann wirklich zu gucken ist. Bei Warner wird natürlich auch viel HBO dabei sein. Das sind ja hier Game of Thrones zum Beispiel oder Westworld. Und HBO hat ja bereits einen eigenen Streaming-Dienst, das ist HBO Go. So vergleichsweise mit irgendwelchen Sky-Streaming-Diensten, die es ja auch gibt. Naja, also warten wir mal ab. Es ist ja noch ein bisschen bis Ende 2019, allerdings so lange ist es dann auch nicht mehr, was dabei rumkommt. Tja, wichtigstes Thema zum Ende des Tages dann für euch. Snapchat hat jetzt auch Filter für Katzen. Also keine Katzenfilter und auch keine Filter, die euch ja aussehen lassen wie eine Katze, die haben sie wahrscheinlich auch. Aber wirklich Filter, die ihr kennen, da ist eine Katze und dann bekommt die Katze entsprechend halt, ich weiß nicht, so ein Einhorn aufgesetzt, was genau passt für so ein Tier. Und eben nicht einfach nur durch Zufall, dass wenn der Snapchat-Algorithmus, oder nee, Algorithmus ist es nicht, die künstliche Snapchat-Intelligenz, irgendwie aus einem Tier auf einmal denkt, das ist ein Mensch und dann halt den normalen Filter anwendet. Nee, die erkennt jetzt wirklich, es ist eine Katze und dann kann man damit Unsinn treiben. Also, wenn ihr eine Katze habt und Snapchat, dann mal ran an den Spaß und dann könnt ihr eure Timeline mit Katzen-Content versorgen. Und die werden sich alle freuen. Ja, und das war's schon. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal, glaube ich, schon vertan, in NRW sind jetzt Ferien begonnen. Das heißt, wenn ihr frei habt, aus NRW seid, genießt die Ferien, habt Spaß. Ansonsten allen anderen einen schönen Start in die Woche, schönen Start in den Montag, egal ob Arbeit oder Schule. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.